color design games.com mega super effekt herzlich willkommen zu einem neuen flash game deine monster handtasche ja wer wünscht sich schon nicht immer eine freshe handtasche design monster high handbag ja das ist ein handbag was passiert wenn ich hier aufklick egal spielen wir erst mal eine tolle runde. which girl do you like? ja eigentlich gar keine aber oh gott ja eigentlich like ich so gar keine einfach die oh gott oh gott ist sie geschminkt choose a handbag ja wir nehmen mal so ein das sieht eher aus wie ein bh nehmen wir den bh next choose a handbag okay ja so stacheln oder wenn das echte stacheln werden stellt vor ihr greift so auf einmal voll bluten vor eurer hand okay plus minus minus ah wir machen das richtig klar oh nein muss natürlich passen natürlich plus 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 okay doch nicht kann ich die noch nehmen was ist das so reißverschluss oder wie ja dann nehmen wir das hier oder ja irgendwie sowas ja okay pinsel color your handbag scheiße was ein geiles future ey oh ja das ist toll dann machen wir die mal oder warte mal hallo warum zack die machen wir richtig hässlich äh schön tschuldigung so ein bisschen weiß man das ist mode leute versteht ihr es und die okay das muss ich zack sieht eher aus wie holland irgendwie ähm irrelevant das heißt das machen wir jetzt pink alter das kann so ewig dauern aber dafür ist es ja da nach pink braun so schön was gibt's noch ach so man kann die auch einfach so okay ne ich dekoriere die jetzt selber denn äh man muss alles selber machen wisst ihr leute das ist viel mehr wert als gekauft ist so guck da mit so einem kleinen kreis das ist der special of effect oder effect der aneck nur schniff hellblau ja komm zack ey oh wer würde die denn nicht kaufen leute schreib's mal in den kommentaren ihr würdet die bestimmt sofort kaufen hatten wir gelb ja wir brauchen neue farbe kreation schwarz oooohh geil oder hatten wir lila komm lila wird einfach der rest ja und unten machen wir mal zack ey das wird die welt revolutionieren glaub mir alter zack oooohh ey schreibt mal unter die kommentare äh ob ihr es kaufen würdet für ja wir wollen mal nicht übertreiben sagen wir mal alles kaputt denn so zack nimm mir irgendwas hey ähm der preis 999 999 würdet ihr zuschlagen seid mir ehrlich guckt doch ey wie schön einfach das ist ja dunkel pink pink hm ich muss mal gucken was ich so rechts hab jetzt schön lila oh leute die leute werden es lieben das sage ich euch jetzt schon ähm wird glaube ich nicht so gut passen naja irrelevant oh hm hatten wir gelb ne alter leute können wir das auch einmal ne das heißt ah die ist so schön glaub mir die wird man bestimmt äh die nächste bei äh germany's next topmodel sehen die ist doch toll oder die ist super duper hatten wir pink ja da aber dieses knallige noch nicht ne oh leute ey es ist wunderschön okay was ist das okay was ist das eigentlich hier so zack matita weiß dass es antike ist oder draufgemaustert so 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 dann nehmen wir noch kette ja ich weiß so perlen ne warte mal wieso hören die da nicht hin hören die denn hm warte mal hm hm ja hm egal kann ich eine zweite haben ja sehr schön aber ich muss die irgendwie ja geh mal da weg du weiß ich was so perfekt die noch ein bisschen größer ja kommt seid ehrlich ist doch schick schick miki liki aber das muss ein bisschen kleiner weil ja leute seid mir ehrlich ist wunderschön oder ja ich weiß auch nicht mehr was ich dazu machen soll weil mehr gibt es ja nichts diese ultra mega heftigen future dann machen wir mal schau und oh man kann es auf youtube teilen und facebook nö print oder man kann es saven print more games and we play also leute ja toll wow diese charaktere auswahl hier wow also ist mega oder also leute zum ende noch mal würdet ihr diese mega moderne beziehungsweise ja also diese abwog tasche ja für 999 99 kaufen also die wird bestimmt nicht reduziert weil die so abwog ist aber irrelevant ich freue mich über diesen dislike und dann ciao schau schau Vielen Dank.